Wir möchten Ihnen heute den Unterschied zwischen konventionellem Panzerglas und Silatec-Sicherheitsglas zeigen. Zuerst attackieren wir das konventionelle Panzerglas. Wir haben gesehen, wir konnten ein Loch in dieses Glas schlagen mit ca. 10 Schlägen und die Scheibe war zerstört. Jetzt attackieren wir das Silatec-Sicherheitsglas. Silatec-Sicherheitsglas Silatec-Sicherheitsglas ist sicherer und unzerstörbar. Zum Vergleich, das war das konventionelle Panzerglas. Es ist sehr dick, es ist sehr schwer und grün und nicht sicher. Das ist das Silatec-Sicherheitsglas. Es ist dünn, leicht und kristallklar in der Durchsicht. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, bitte besuchen Sie unsere Website unter www.silatec.de. Wir werden jetzt die Silatec-Scheibe weiter attackieren mit zwei Personen. Wir werden jetzt die Silatec-Sicherheitsglas. Das war's für heute.